Bhagavad Gita, Vers 3.33 Selbst ein Mensch, der ein Wissen gründet, handelt nach seinem Wesen, denn jeder folgt seiner Natur. Was könnte Unterdrückung ausrichten? Erklärung Solange man nicht auf der transzentralen Ebene des Krishna-Bewusstseins verankert ist, kann man nicht vom Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur frei werden. Dies wird vom Herrn im 14. Vers des 7. Kapitels bestätigt. Daher ist es selbst den hochgebildetsten Menschen auf der weltlichen Ebene unmöglich, durch theoretisches Wissen oder durch Trennung der Seele vom Körper der Verstrickung Mahajas zu entkommen. Es gibt viele sogenannte Spiritualisten, die nach außen hin vorgeben, wissenschaftlich sehr weit fortgeschritten zu sein. Die aber im Inneren oder Privat völlig unter dem Einfluss der jeweiligen Erscheinungsweisen der Natur stehen, den sie nicht überwinden können. Akademisch mag man sehr gelehrt sein, aber weil man schon seit unvordenklichen Zeiten mit der materiellen Natur verbunden ist, befindet man sich in ihrer Gefangenschaft. Krishna-Bewusstsein hilft dem Menschen, sich aus dieser materiellen Verstrickung zu lösen, selbst wenn er weiterhin seinen vorgeschriebenen Pflichten nachkommt. Deshalb sollte niemand, ohne völlig Krishna bewusst zu sein, plötzlich seine vorgeschriebenen Pflichten aufgeben und künstlich ein sogenannter Yogi oder Transzendentalist werden. Es ist besser, in seiner Position zu bleiben und zu versuchen, unter höherer Führung Krishna-Bewusstsein zu erreichen. So ist es möglich, aus der Gewalt Mahajas befreit zu werden. So ist es möglich, aus der Gewalt Mahajas befreit zu werden. So ist es möglich, aus der Gewalt Mahajas befreit zu werden.